Musik 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 Das kommt nicht aus da. Musik 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 und wenn ich ich mich über dich über dich ich liebe dich Digga Gar nix Junge Alter, Alter Sag ich doch Digga, ich sag doch Vielleicht aber noch gucken Oh mein Gott, wer will das gewinnen? Wer bist du, dass du da faxen machst du kleine Pantoninos? Oh mein Gott, oh mein Gott Wer ist das jetzt? Warte mal, er flasht, alle haben Angst Pusht doch Digga, was soll Problem? Pusht Scheiß Pusht weiter, er kann das nicht benden Ich tank wie ein Sub Auf gehts, Bro Ich sag doch, gib ihm Gib ihm Wir haben gewonnen, glaub ich Ja, du Hörnpengel Oh mein Gott Das ist das, wir heißen Vanditen Wir nehmen das, was uns zusteht Du kleiner Scheitone, Alter Ich hör jetzt ein Lied an, das kennt ihr nicht, das ist neu 500 Gib mir 500 500 500 Ich weiß nicht Da ist es Was geht eigentlich? Ich zahle gar nix Erstmal ganz laut Digga Wenn wir Batsch und Gervas sind Digga, wird andere gebannt 500 500 500 Oha Bodger Gebe mir 500 500 Gebe mi 500 Gebe mi 500 500 Gib dann我们 500 Gebe nach Gebe wir 100 faster Anders Na Soll ich dich erschrecken? Scheiße. Ah, ich bin tot. Guck, war doch klar. Gesehen wie man erschreckt? Frontion? Girl, my girl. Don't lie to me. Tell me where did you sleep last night. And it burns, and it burns. Where the sun don't even shine. Half the shiver. Whole night full. Vielleicht wandern. Klibt es, ich will was klibt es. Das ist mein Toplaner. Motherfucker. Ich geb ihm gleich 500 Amna Proto. Zwei, wenn ich mit dir reden, heißt es nicht, dass du reden darfst. Arnold, wie der Methanflächen irgendwohin zeigt und es kaputt lacht. Zu prägnant. Ich mach euch gleich, pregnant. Prägnant. Klibt es. Warte, warte, warte. Können wir rein? Können wir rein? Wir können rein, wenn du triffst. Ich treffe alles. Guck, 3, 2, 1. Äh, löp, jetzt. Doch nicht. Doch nicht, alles gut. Ich hab Lux. Ich bring dich rechts um, geil. Oh, oh. Oh, süß, geflasht. Lux kein Flash. Lux kein Ulti. Oh, na, oh. Oh, Ezreal? Lass uns doch den scheiß Elterjack machen einfach, dicker. Weil ich alle sind tot. Wie geht's dir, Vogelnest? Ey Vogelnest, wie geht's dir, Ilja? Erzähl mal. Geht's dir gut, Vogelnest? Erzähl mal, Bra. Ey, wie stehst du? Hä? Was hast du schon gesagt? Hä? Ich hör dich nicht, Ilja. Es Vogelnest. Hast du was gesagt? Ich weiß nicht. Ich hör nichts. Sprachen lernen, Babbel. Was ist los, du Pisser? Ähm. Leg dich nicht mit Kräften an, die dein Gehirn nicht, äh, hier, ne? Er hat aufgegeben. An dieser Stelle möchte ich sagen Dankeschön an alle, die an mich geglaubt haben. An Eble, der mich unterstützt hat und mich gekortet hat. Dankeschön an dieser Stelle möchte ich sagen an meinen Fans. Ich habe euch nicht enttäuscht. Ich habe mein Bestes gegeben an dieser Stelle. Dankeschön, Dankeschön. Es war ein, ein häuptlicher Weg bis hierher. Es war nicht einfach. Aber wir haben den Gegner dazu gebracht, dass er aufgegeben hat. Verständlich, easy. Weil wir sind zwar nicht die Besten, aber wir kennen auch keinen Besseren. Es geht zu Lux. Ich suche ihn. Ich suche die Foot. Da ist die. Baller! Blind! Ich hab gerochen. Ich wusste, wo ihre Süße... Ja, okay. Ich lasse mich jetzt bringen. Aha! Oh no! Bruno, wie geht's dir, Bruder? Alter! Sag doch, dass du liest! Das ist doch kein Problem! Danke, Bruder! Alter, wie siehst du von dem? Sag doch! Ehrenmann, Digga! Alter, wenn er klippet ist! Der Jaro, Alter! Da ist einer, da ist einer! Ich komm, bravallah, ich komm! Ich komm nicht rüber! Was hat der jetzt gemacht? Guck mal, er macht erst... Kennst du diese kleinen Rambos, die erstmal cool machen und dann abhauen? Steh doch zu deinem Mann und bleib doch hier kurz. Hier. Oh mein Gott, wie kann das daneben gehen? Die fighten eh nicht mit uns. Ne. Trinder, lass einfach in deren Base jetzt rennen. Lass einfach Penta mal, hast du Bock? Ja, ja schon, aber der Trindamer... Trindamer? Naja, Digga, der soll pushen, Digga, Trindamer. Aber in deinem Korndor, wie willst du Penta machen? Egal, wir probieren, wir dürfen... Dann müssen wir Backport... Wir haben doch eh Barrenwurf, ist eh schnell. Hier, so. Ähm... Der war wirklich Penta. Ja, ich sag doch, da ist noch einer, da ist noch einer. Digga, das haben wir oft genug gemacht. Nein, das ist gigantisch. So, der nächste Bato? Ja, ja, der ist der, der ist der. Ich kann. So, da hast du alle. So, jetzt hast du Penta, B-Chill. Ah, das ist ein Ulti. Ich heal dich, alles gut, ich heal dich. Das bringt dir auch nichts, Mann. So, Penta kill. Könnt ihr einmal das klippen bitte? The prophecy is true. Könnt ihr mal das alles klippen? Können wir jetzt mit unseren Iron-3-Skills aufhören bitte? Oh, sweet dreams are made of this. So, who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody looking for something. Woah, be super. Oh, wow, look at it. Huuuuuuu… Huuuuuuuuuu- Oh, wow. Annamüsssss. Hopps. Guck mal, ich habe einen Bericht gelesen. in türkei in adana da wollte einer sich selbst in die luft sprechen die haben den zusammengeschlagen der video ist der video gezeigt ich habe video gesehen der typ steht dort auf der ecke der macht seine jacke auf und so schreit rund ist das irgendein türke kommt von seite und wixen um fünf sechs mann sind auf den drauf geschlagen der hat immer noch bombe um sich rum aber die einfach ich schwör bei gott digga aber eine kranke kranke leute behindert digga anstatt polizei anzurufen oder so tädelig medelig alles geflogen auf den wer bist du da so in unser beziehung dich hoch sprengen willst du mann digga krank da ist eine katze warte ist ein video ich such dich später ich zeig dir im pixel die haben uns zusammengeduppt weil er sich in luft sprengen wollte ich bin da bruder alles gut klippet ist er vielleicht sogar für seinen bruder ich bin grad und feier digga ich brenn gerade so wie meine keule mal liebt er dich so läuft ja hart komplett dann weiß ich noch was hart ist ich weiß nicht an was ihr gedacht habt ich habe ein leben aufgeschlagen was macht der fischung hier digga geh mal weg ist die josef hier hier ist dann auch er hat schütz ist gefährlich was man warte mal was ist alles warum warum wirst du jetzt emotional wir sind alle hier tecker warte mal warte mal hier 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 ja kleine mängel wer noch wer noch hey clip und und Untertitelung des ZDF, 2020